Wir haben seit Jahren ein geliebtes und auch beliebtes Hobby. Am letzten Tag stehen wir besonders früh auf und kommen vorbei, um einigen von euch den Luxus zu gewähren, irgendwann mal hier vor Sonnenaufgang schon kurz zu sein. Ja, damit ihr den letzten Tag auch komplett genießen könnt. Ganz genau, es ist ein Service. Denn wach ist man definitiv nach unserer kleinen Aktion, aber seht selbst. So selbst, unser Wake-up-Service. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! UNTERTITELUNG Ich bin ein Hörger. 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 Come on, not long, because what you reap is what you sow. How long? Not long, because what you reap is what you sow.